Ja und willkommen zu einem neuen Video. Ja, bei dem Spiel zwischen Union Berlin und dem VfL Wolfsburg kam es erneut zu unschönen Gegebenheiten, also zu unschönen Zwischenfällen und ja, und die Partie war wirklich kurz vor dem Abbruch. Was ist passiert? Ich glaube, ihr könnt es euch schon denken. Und zwar waren erneute Schmähplakate gegen den Hoffenheim-Mäzen Hopp im Umlauf. Und zwar, was ist passiert? Auf dem Banner im Union Berlin-Fanblog war das Gesicht des 79 Jahre alten Hopp im Fadenkreuz zu sehen. Zudem wurde er, wurde der Unternehmer übelst beleidigt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, so etwas geht gar nicht. So etwas geht unter keinster Weise, wie ich es ja schon in meinen anderen Hopp-Videos gesagt habe, man muss es nicht respektieren, aber man muss es akzeptieren und tolerieren. Ja, das ist meine Meinung zu der ganzen Geschichte mit Hopp. Ja, und es ist einfach, wie ich auch schon im anderen Video mal gesagt habe, Hopp ist gerade dabei hier, der Feind des deutschen Fußballs zu werden. Also der, auf dem der deutsche Fußball und die ganzen Fans alle drauf rumhacken. Also ja. Und das Spiel war, wie gesagt, kurz vor dem Abbruch. Bereits nach ersten Minuten kam es dort zu Zwischenfällen. Es wurde auch, der DFB wurde auch angegriffen, weil sie ja schon Kollektivstrafen gegen Borussia Dortmund ausgesetzt haben. Wurde auch bereits der DFB hin angegriffen, genau. Und da mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen, außer, dass ich es langsam echt lächerlich und daneben finde. Ja, was ist eure Meinung zu der ganzen Sache? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bis zum neuen Video und tschüss.